Die zu veräußernde sanierte 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Leipzig-Zentrum. 1900 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 152 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 750.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.